hallo leute ich bin legendkiller und scherzer scherz willkommen zu einer neuen folge bzw zu einem neuen videoformat denn ich habe mir so ein paar überlegungen gemacht was ich so für videos zeigen könnte und dann bin ich auf die idee gekommen weil ich jetzt vor kurzem mal reddit entdeckt habe bzw auf reddit bisschen aktiv bin und dort schaue ich mir zumindest immer gerne vakporn an und für die leute die es halt nicht wissen was das ist da sind leute sowie der typ hier der ein wac bahn bekommen hat die aber ein übertrieben geiles kommen oder was heißt übertrieben geil die haben auf jeden fall ein schönes inventar was jetzt nicht mehr benutzen können weil die halt wac gebannt sind das heißt sie können es auch nicht rüber traden und während ich so rede fällt mir so auf ich hätte vielleicht ein anderes mit einem anderen wac anfangen sollen denn hier das sieht auch schon so ein bisschen anime porno mäßig aus auf jeden fall ich werde euch jetzt einmal paar profile zeigen die wac gebannt wurden und die meiner meinung nach ein geil inventar haben und das ist so eine art piloten folge ich will mal gucken wie gut das bei euch ankommt ich habe noch so zwei andere zwei drei andere video ideen die ich jetzt noch mal die nächsten wochen austesten will damit ich auch mal so eine serie habt die man relativ einfach oder beziehungsweise immer wieder machen kann denn es gibt immer wieder leute die halt hacken und immer wieder gebannt werden von daher denke ich mal wird da nicht so schnell das material ausgehen und wir fangen mit dem ersten typ man hier könnt ihr sehen er hat einen wac ausschuss bekommen und sein profil moment wir gehen hier mal hier rüber wir sehen er hatte ein butterfly stadtwerk crimson web was mal eben lockere 150 euro wert ist dann hatte der hier noch ich muss mir mal echt die mehr skins namen merken das ist die m4a4 dragon king oder so 20 euro dann hier die muriathas noch mal 13 euro dann hier irgendeine ssg und ihr seht das sind mal eben locker was heißt locker ungefähr 180 euro plus die ganzen kisten und die ganzen anderen sachen im winter mal eben 200 euro die er einfach so weggeschmissen hat nur weil der typ einfach sich dachte zu hacken er hätte das einfach einfach mir geben können und wir gehen einfach mal weiter und das ist immer noch der gleiche typ denn der typ was mir noch vergessen habe zu sagen er hat fast 3500 stunden cs gespielt und wurde dann gebannt zudem fällt mir auch noch auf west in peace in peace der weiß wohl nicht was rip bedeutet auf jeden fall sehen wir hier er hatte ja so das butterfly stadtwerk crimson web gehabt was ziemlich nice aussieht auch wenn es jetzt einsatz erprobt ist und ein bisschen abgenutzt ist aber an sich ist das crimson web sind eigentlich immer geil und ihr seht ja hier schon was er noch alles für skins hatte dann hier hat er noch mal eben eine awp die noch mal 100 euro wert ist was mal eben 200 euro habe ich vorhin gesagt ungefähr 300 euro inventar einfach mal so weggeschmissen jetzt kommen wir zu dem nächsten typ und der typ hat drauf der hat 24 vak bands bekommen 24 vak bands hat er bekommen zudem sieht man ja hier eine er hat ein akalie bild gehabt jetzt mal so vier euro wert ist aber hier die desert eagle weil eben 45 euro plus die ganzen keys hier ist auch eine menge wert sind und hier sieht man auch noch ein paar sticker die er hat und hier sieht wer das profil von ihm alles hier gecancelt also immer schön durchgestrichen auf reddit ich habe die fotos einfach mal von reddit runtergeladen und man sieht man hier unten sieht man nicht okay ihr seht 24 vak bands zwei game bands und record das letzte mal vor elf tagen gebannt der typ hat sie drauf ein richtiger ihr wisst was ich meine dann verstehe ich hier die reihenfolge war ein bisschen komisch sollte eigentlich hier mit anfangen der typ wurde hier auch gebannt hatte wie man sehen kann ein schönes inventar sieht man das hier nein sieht man nicht auf jeden fall hatte ein bayonet m9 statwerk gehabt und ich habe das mal geguckt auf dem sie markt kostet das mal eben 250 euro plus dann die wohlkönnen je nachdem was für die condition die hat ist sie auch mal was wert statwerk hier feier ich weiß nicht wie die ap 250 feier element oder so wenn sie fabrik neu ist kostet die auch mal eben 100 euro das sind dann das zusammen 150 noch mal das war 250 ja mit 300 euro dann die ganzen awp hyper beast asimov der typ hat auch bestimmt 4500 euro weg einfach so dann verstehe ich manchmal nicht diese reihenfolge von den bildern ich hab sie eigentlich immer so benannt dass er sie richtig machen soll aber naja dann gehen wir hier zu dem nächsten typ er hat hier eine ak fire serpent mal eben 300 euro wert dann eine m4 a4 1 ne es ich war keine die namen von den waffen ich meine ist auch relativ früh auf jeden fall mal eben 134 euro weg dann hier noch die schöne cz mal wieder 55 euro dann hier das schöne stadt track m9 marble fed also bayonet m9 marble fed in factory new wie hier sehen könnt mal eben 800 euro weg plus hier noch mal bis schon bei 1000 euro da ungefähr 1200 euro und der typ hatte noch eine dranglor fabrik neu 1200 euro plus die dranglor noch mal 1400 euro sind man so bei 3600 euro die der typ einfach weggeschmissen hat nur weil er meinte er müsste er hacken ich verstehe leute nicht wenn man eine awp dragon loss fabrik neu hat man wie kann man ich verstehe überhaupt nicht wie man hacken kann aber die waffe bloß dann noch schön jw und fanatic sticker sind zwar nur 2 euro wert aber ist in dem fall zur dragon law wahrscheinlich nur peanuts aber 3600 euro die der typ einfach weggeschmissen hat ich verstehe das nicht naja der nächste typ hier der wurde auch wacke bandet der hat jetzt in anführungszeichen nur eine einsatz erprobte dragon law 850 euro einfach so weggeschmissen dann ähm ja der typ hier der hatte ein paar skins kann man mal zusammenrechnen 20 euro 40 euro da zusammen nochmal 20 sind man bei 60 euro plus die awp 60 90 150 euro dann hier nochmal 60 euro oder sagen wir mal 70 euro sind wir bei was habe ich gesagt 150 220 euro dann 240 euro nochmal 100 euro sind wir bei 350 euro dann hier 370 euro dann das um 4 370 auf 400 euro ungefähr die der typ einfach so mal eben weggeschmissen hat wer weiß was er noch auf den anderen seiten für skins hat also mit allem zusammen denke ich mal wird er so auf 450 euro ungefähr kommen die typ auch einfach mal so eben weggeschmissen hat weil er meinte hacken zu müssen dann kommen wir zu dem nächsten typ und ihr seht er hat ein karambit fade fabrik neu und das ist also es gibt es eigentlich auf dem steam market deswegen bin ich auf ops skins gegangen und das günstigste alleine 450 euro alleine für das messer dann sieht man noch die anderen messer die habe ich jetzt nicht nachgeguckt die er hat hier noch zwei ein flipknight zweimal m9 und die werden wahrscheinlich auch nochmal so um den dreh 100 euro jeweils kosten das heißt wie viel war das jetzt 400 500 600 700 plus dann hier noch die wolken so wird er locker auf 800 euro kommen die er einfach so wegschmeißt nur weil er meint er müsste hacken und ja das war es auch schon so ich hoffe mal dieses video format hat euch gefallen denn wenn ja werden davon noch ein paar mehr videos kommen und ich muss mal gucken ob ich das irgendwie eventuell anders aufbauen ob ich halt immer wieder die preise dann selbst raus suche so wie hier und die dann daneben schreibe und das zusammenrechne oder wenn ihr weitere vorschläge habt für video ideen lasst es mich gerne wissen und wie gesagt ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten video